Hey, herzlich willkommen zurück bei CubeWorld. Jetzt haben wir ein bisschen Lager vorgesucht, da vorne ist der Eingang. Jetzt gehen wir da rein und hauen übelst alles weg, was da kommt. Oh, da konnte mir mein armer Kleiner auch nicht helfen. Da war ich einfach tot. Oh, mein Gott. Och, ey, jetzt hab ich die scheiß Potions nicht mehr drin. Was ich vorbereiten wollen habe. Hatte ich gerade auch nicht, deswegen bin ich ja auch tot gegangen. So, jetzt hat die Potions drin, jetzt passt da alles. So, wo gehen wir erst hin? Da gibt noch einen Weg. Ne, auf der anderen Seite ist auch noch einer. Ja, da gibt es auch noch einer. Echt? Ja, Willi, du bist verfeucht, du bist verfeucht, du bist ver... Oh, Alter Fatah. Ja, die dieben alle den Tod. Oh, hier ist sowieso Sack, das ist in der Ecke hier. Okay. Toll. Oh, wenn der sich dreht, ist das gar nicht gut. Ja, ich hab, äh, hab's gespürt. Oh, ich bin auch tot gegangen. Ganz tief. Ne? Hallo, Schatz. Hi. 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 I'm riding on my bunny. Ich geh nicht. Gib doch nicht nur noch oder anderen rum. Ich nicht. Ehm, es geht doch nicht. Oh, Mami. Ich bin ja alleine, die, äh... Gebt mal vor. Oh, Mami. Ich bin ja alleine, äh... Ja, hier haben wir alles, fertig. Ach, der wäre echt wohl fast tot gewesen. Mr.? Mr. Tank? Mr. Tank? Bitte zum Eingang kommen, Mr. Tank. Ja, ich musste gerade noch hier Froschenkel-Suppe machen, also. Schön lecker. Ich glaube, meine Potion ist nicht mehr drin, oder? Was ist das denn? Auf geht's! Er kann mal ins Dunkel schießen. Okay. Na, wer hätte denn da ein Level ab? Oh, ich war das. Warte mal, dann kann ich ja den anderen Bogen anlegen. Haha. Ich gebe den. Oh, da vorne geht's das Gemetzel schon weiter. Kacke! So ein Scheiß! Ich habe die. Da sind wir wohl draufgegangen. Oh, fuck, ey. Wollte ich in Sicherheit rennen und rennen in eine Falle. Ja. Ja, genauso ist es mir auch gewesen. Aber taktisch unklug, äh. Genau das ist ja problematisch auch. Dings geil, da ist Fluchtweg. Fluchtweg, 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 krank! Hahaha. Äh. Aaaaaaah Komm, Hero, begin! Ha, 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 ha Okay, da geh ich jetzt aber nicht noch mal an. Maske, da geh, da geh. Ah, geh. Du solltest dir, du bist die Krönung, du läufst durch die Fallen, scheiße, Geld, meins. Komm mal los. Diejenige, die so einem Geldschein hinterherläuft, der an so einem Bändchen festgekommt. Und wenn sie sich pünken will, zieht einer, und dann geht die, und geht. Da kam Willi angesprungen und lootet mir das weg. Ja, war sowieso für mich ein Iron Booth gewesen. Oh, das ist schon der Boss. Oh, der dreht sich ganz schlecht, ganz schlecht. Zieh den hier hoch, Willi. Ja, besser ist das. Komm mir aber nicht zu nah. Ich weiß, dass ich euch schweig bin. Sag das früh. Ey, eins lach ich tot. Geil. Die Sau. Wie geil, ich setz mich zum Essen. Dann kommt er von hier noch mit dem Hammer auf den Kopf drauf. Ich zieh uns den mal ein bisschen weiter zum Eingang. Bis in die Stadt. Hallo Willi. Hi. Ich find den Eingang nicht mehr. Komm mir nach. Müsste irgendwo hier sein. Ja, genau. Ich bin vorhin irgendwie weiter weg gewesen. Also gestorben als vorhin. Und deswegen weiß er wird. Da ist er. Ah, boh, boh, boh. Sag, wach. Boah, boh, boh. Ich hab doch gesagt, ich zieh das scheiß viel zum Eingang. Ja, toll. Na, hier lieg aber kacke. Guck mal, wie weit ich weg bin. Das ist dann voll kacke. Da gibt es doch komische Töne von sich, ey. Na, ist doch eine Frau. Wohan siehst du das denn? Weg da, weg da, weg da, weg da. Oh, jetzt bin ich draufgegangen. Wie krass ist das denn? Geil. Jetzt ist er down. Fett. Du bist genau zum richtigen Teil. Wie geil ist das denn? Oh nein, Spirit, das ist 43. Wieso finde ich denn immer nur Sachen für euch? Das ist doch doof. Ich will den mehr. Ja, geht auch. Was hast du denn da noch gefunden? Boah, eine geile Rüstung. Für dich, wo? Ja, ja. Kann ich heute nicht mal meine Schuhe anziehen. Boah, jetzt habe ich eine Crit Chance von 42,9%. Geil. So, hier habe ich was für einen Reiniger. Ich habe 15,4. Ich auch, hier. Ranger. Oh, hier haben wir was. Ist das mies. Ich habe total viele Sachen in Power 43, aber ich habe erst 42. Es fehlt einfach ein verdammtes Ding, ne? So ein Kack. Mage, ich habe noch was für dich. So, dann nehmen wir. Dann nehme ich. Oh, ich habe ja auch wieder was für dich. Ich habe hier noch einen Dolch für den Road. Ja, ich habe auch noch was für dich. Warte. Hier, neues Bögenleinchen. Das ist aber bestimmt nicht gut. Nee, da ist das, was ich habe, besser, aber verkaufen. Hier habe ich sogar. Warte, ich komme mal zu dir. Ich habe noch was für einen Ranger. Hier. Schwupp. Ja, lass mich da mal gucken. Was ist denn jetzt schlauer? Noch weiter auf Hang-Gliding zu skillen oder auf Schwimmen? Was weiß ich? Ja, wenn du den Hang-Glider haben willst, würde ich jetzt mal auf Hang-Glider gehen. Richtig. Ja, ja, habe ich ja. Aber ich habe jetzt da im zweiten Feld von Hang-Gliding habe ich jetzt eins. Wie viele brauche ich zum Hang-Gliden? Aber das ist jetzt ausgefüllt. Genau. Das brauchst du nur einen. Dann würde ich den letzten Punkt, den du da hast, dann noch auf deine Attacke setzen. Weil Schwimmen brauchen wir erst noch nicht. Das ist noch nicht ganz so wichtig. Was habe ich denn hier Schönes? Wie sieht hier mal nice aus? Mach wieder 3% Crit-Shard-Chanks. Ja, nicht immer noch. Da habe ich Crit-Shanks von 15,7%. Schön. Immer mehr. Geilo. Nicht immer noch 100 Waffe für einen Rogue. Wie viel Prozent Tempo habt ihr? Tempo. Tempo. 119,8. Ach süß, ich habe 6,4. Ich habe 123,6. Boah, ich habe gerade mal 116. Die ganzen Sachen, die ich gekriegt habe, machen schönen Crit-Shaden. Oder Crit-Shanks. Aber dafür sind es alle langsam. Aber das ist mir Wurst. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück in die Stadt, oder? Wollt ihr hier noch? Jetzt ist es Zeit, ja. Schatz, ich habe noch was für dich hier. Tripper. Ja. 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 Joder. Ich habe nicht Richtung Nordwesten. Nein, im Westen als Nord. Kommen wir sogar halbwegs wieder an den See vorbei. Juhu. Das ist so langweilig. Ich laufe mal vor, ich bin sowieso langsam. Boah, guckt euch mal meine Keule an, nimm mal. Wenn ich die euch über den Schädel ziehe, dann... Willi, ich will deine Keule eigentlich gar nicht sehen. Und schon gar nicht, wenn ich die Keule rede ich auch. Nein, das Kopf ist... Eigentlich nirgends. Aber gut, der Kopf ist schon wirklich das Schlimmste. Ja. Obwohl am Po will ich das auch nicht haben. Nein, richtig. Das sagt er jetzt, weiß aber, nachts vor mir am Träumen, genau. Ja, wie ich denn in Scheiben schneide. Ah, hier sind Bitches. Da war doch irgendwas mit einem Lolli, oder? Ja, die haben eine Chance. Oh, boah, boah. Innerhalb von einer Sekunde. Instant tot, alter. Ja, die Witches, die sind mit ihren Laserstrahlen, sind die echt krank, also. Bitches, man. Ich bin doch schon so oft miterlebt, also. Bitches, man. Bitches. Mit B. Ja. Schengabaum, ich komm nicht mehr weg. Puck. Boah, 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 boah. Wo müssen wir eigentlich jetzt hin? Ich darf die ganze Zeit nur den Menschen teilen. Richtung Nordwesten müssen wir da auf die CD. Richtig. Nordwesten, wo laften jeder nicht? Oh, da sind ganz viele Witches. Sind die böse? Nein, die sind gut. Nein, die sind gut. Also, da geht rauf. Ja, die kann man aber nicht hören. Ja, aber die, wenn ich gut sind, werden die sich nicht. Ja, aber die sind so welche zum Sprechen, weißt du? Du sollst nicht mit Fremden sprechen. Ehrlich. Lass dir mal einen Rieser kriegen. Sei da ruhig. Boah, ich bin schon bei 989 Leben. Schammergeil. Nicht mehr viel beim nächsten Level ab, hab ich wahrscheinlich meine 1000 Leben zusammen. Schlimm. Willi, was hat dein, dein Schwert? Oder deine Keule? An Damage? An Damage? Da muss ich eben gleich gucken. Ich bin hier gerade in einem Battle. Aber ich glaube, irgendwas mit 20,6 oder so. Ha! Wie viel Power hast du? Hast du das gesehen? Power 29 ist die gerade mal. Aber ist so ein Special mit... Weil ich hab hier jetzt gerade ein Schwert gefunden. Das hat, äh, Damage 28,3. Autsch. Her damit. Wo bist du denn? Arschloch. Äh, bock ich. Ich bin ganz weit weg von euch. Ach, du kacke. Äh, ich geb dir das in der Stadt. Ja. Haha. Äh, da lang. Gut. Über den Wolken. Hei, 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 hei. Ich komm noch nicht hoch. Aha. Oh, fein zu krass, ey! Ich muss die Freiheit voll grenzernlos sein. Sag mal. So, Batman krieg ich jetzt auch neben doch auf den Sack. Bam. Wie viel Crit-Chance hat das Schwert? Äh, 2,7. Das ist nett. Die ist nicht weit von meiner Keule entfernt. Das ist der einzige Grund, warum ich die genommen hab. Tempo 3,5 und HP 26,1. Alter Schwede. Boah. Die ist mal immer. Ja. Im Gegensatz zu meiner Qualität, die ich jetzt hier eingeblöntet hab. Wenn ich das richtig in Erinnerung hab, hab ich sogar noch so ein Eis-Dingen für euch. Für irgendjemand. Ja, Eis-Spirit hast du vorhin, glaub ich, gefunden. Ne? Einen Armbild? Ja, für mich. Was für ein Eis-Ding? Ein Eis-Spirit. Ein Eis-Spirit. Ich weiß gar nicht, ich hab auch ein paar Spirits, aber ich glaub, die meisten können wir gar nicht mehr benutzen. Da sind ganz viele, da sind ganz viele Splitter. Da sind Splitter. Guck, Hasi, hab ich doch gesagt, da sind Splitter. Und du hast mir gesagt, die kommen nur im Wasser vor. Siehst du das, die Splitter sind? Töte die, töte die und finde Wasser Eis. Und dann tippe sie eins. Und dann gibst du mir das. Dann tippe sie mir das. Dennis, ich hab auch noch 40, äh, Eis-Spirit. Aua, ich hab mir wehgetan. Nur weil mein Hero nicht da war. Ja, ich bin ein bisschen weiter vorne. Ja, Hero und Nakamura kann nicht überall sein. Kennt den einer, oder war das nur ein Insider für mich selber? War ein Insider für dich selber. Schön. Hat keiner von euch Hero geguckt? So, jetzt reicht's mir, aber halt euch. Hm. Was? Dann kam das mal auf RTL2. Ja. Ne, hab ich nie gesehen. Ihr seid also lau. Ne, ich glaub, ich hab eine Folge geguckt, oder hab mal zwischendurch reingeguckt und es sah so ein bisschen billig aus oder so, ne, ich hab ich das nie wirklich geguckt. Mit einer der geilsten Serien gewesen. Ja, hast du noch nie Game of Thrones gesehen. Ne, hab ich auch nicht. Oh, so laut sei da. Haha, was sagt er, weißt du? Game of Thrones ist so episch. Warum geht's denn da? Oder müssen wir jetzt hier gleich Spoiler-Alarm mit auf die Folge schreiben? Ne, ne, äh. Ist halt so, so mittelalter Fantasy. Ah, wie mittelalter? Doch, ihr bin ich. Wart viel Besuch drauf! Haha, wir verhoffen auf euch, wenn wir dringend ist, ey. Ein Tat-Vatal! Das ist ja nie wieder geil, danke. Oh, shit. Hallo, Pferd. Also, hätte ich Glück gehabt, dass du Dortmund-Fan bist. Wenn dir jetzt was anderes gekommen wäre, müsste ich dich leider abstechen. Oder kennst du The Walking Dead? Hab ich schon mal gesehen, aber hat mich, glaub ich, auch nicht wirklich interessiert. Ah, ich greif hier schon wieder das... Ah, es gibt's doch gar nicht. Der macht mich so fällig. Haha, ist zu mir leid. Ich hab halt einen sehr exquisiten Geschmack. Nein, du hast gar keinen Geschmack. Haha. Bam, und direkt der Nächste hin. Ach, hier sind wir wieder krabben. Ach, danke, Hero. Oh, wo seid ihr denn? Äh, ihr... Was denn, was denn? Jetzt kommt davon, wenn ich ganze Zeit teleportierst. Ja, der teleportiert wieder wie blöd. Nö, ihr lümmelt da wieder an der Ecke rum. Ich bin hier einfach nur langgelaufen. Die paar Gegner, die ich gefunden habe, habe ich plattgemacht. Um eventuell so ein Eisdinger zu finden. Was war das? Ein Wassereis. Ich habe so ein Eisdinger. Wassereis. Meckert von wegen, ja, ich vorrenne, ich vorrenne. Sagt aber nicht Bescheid von wegen, ja, wir killen jetzt hier erstmal. Ah, hier sind auch noch ganz viele. Sorry, Mi. Äh, zwei. Uh! Ich bin hier gerade wieder mitten im See und das gerade macht nur einer. Voll doof. Alles voller Krabben. Oh, ich bin hier noch mal nicht aufs Parkier. Äh, äh. Ist hier? Nein. Ich hätte jetzt gerne, verdammt, auch mal einen Raccoon. Gretterlich. Hättest du noch die Capon-Serie davon? Natürlich. Boah, die war so cool. Irgendwann. Mit Sirils Nier und so. Oh, ja. Das war nicht so meine Zeit. Nee. Boah, du hast viel verpasst, glaub mal. Wenn ich an meine Kinder denke, boah, was das für geile Kartons waren. Oh, ja. Die waren so episch. Da gab es noch schön Moral am Ende der Geschichte und so. Ja, im Gegensatz zu heute. Ja, vernünftige Intros, geile Lieder. Ja, da haben sie sich früher noch Mühe gegeben, die Kinder zu unterhalten. Ja. Heute Tage hauen sie jeden Rotz raus, dass es nur so kracht. Ja, guck dir doch alleine hier Mickey Maus Wunderhaus an. Da kriegst du ja schon die Kretze. Ja. Oh, Dudels. Oh, oh, Dudels. Scheiße. Okay, kenn ich nicht. Sei froh, hast nichts verpasst. Und Schnulli ist tot, Schnulli ist tot. Ja. Jetzt drob doch mal so ein blöd aufs Wasser, ich verdammt. Gibt's gar nicht. Ich hab einfach nur Pech. Oh. Now we are mine here, Mensch. Da kommt so ein bekackter Wizard von hinten. Ich denke, das bist du. Mit dem blauen Angriffsdingen da. Plötzlich kriegt der Match. Was ist hier los? Wo muss ich denn jetzt eigentlich? Warte mal, ich muss mal auf die Karte gucken. Ach, da. Hallo, ich bin bei dir. Hallo. Hallo. Kannst du mich heilen? Hallo. Hallo? Ja. Hallo, hab mich lieb. Hä? Hab mich lieb. Leute, die mich kacke finden, kann ich grundsätzlich nicht lieber haben. Ich hab nie gesagt, dass die... Ja doch. Aber nicht so gemein. Ja doch. Als ich dich gefragt habe, ich denke, das war ein Scherz. Nein. Das war ein Witz. Meine Güte, Sarkasmus, Ihonnie. Nein. Sowas kannst du nicht, ne? Stimmt, dafür braucht man Intelligenz im Sarkasmus. Entschuldigung. Sieht mal, wie der sie dich mag. Wobei, jetzt, wo ich meinen Splitter habe, brauche ich dich auch nicht mehr zu dringend. Ach nein? Na, die ist unbrauchbar. Wir werden sehen. Also, Willy dümpelt da, so wie es aussieht, noch ein bisschen im See rum. Ich gehe jetzt weiter zur Stadt. Der kommt... Technisch gesehen auch Richtung Stadt unterwegs, aber ich werde dazu nicht gelassen, weil hier Krabben und alles... ...w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Mein müsste, sie müssten an die Welle. Du bist aber an der falschen Seite vom See, um Richtung Stadt zu gehen. Komm, Hero weekend. Tatsächlich. Kann er wirklich Karten lesen? Äh, Dennis? Oh, Zwiebel! Zwiebel! denn es war schon sehr langweilig ja moment beschäftigt keine ahnung was er jetzt in der stadt ich bin raccoon kommen ja ich meine paar streiten jetzt grüner bis einer hier sind pferde pferde will ich nicht ich will kein pferd ich will nur kuhn ich will unbedingt hier sonst nur bietet aber den kriegern nicht schweinerei und krokodil will ich auch aber dafür sind wir am falschen bion und und tut er wer ich bin halt und unter der umlaufen am fall das war gegen kippt noch kämpfer uns ich kämpfe nicht gegen Pirat ich kämpfe gegen Untoten aber hier sind ganz viele Blümchen so die farbe habe ich zu spät gesehen wie meine ab geht manchmal der wird nach einer zeit immer schneller mit dem schießen ich bin jetzt gleich da ich bin jetzt da du könntest auch für facebook arbeiten mit deinem status abmeldung in facebook durch eigentlich nie posten letztes mal habe ich gepostet zum alle danke danke für die lieben glückwünsche als ich geburtstag hatte und es ist auch schon ewig her so schon jahr her ich habe auch nicht war ob du dazu gesagt hast ein ja nein ich finde es ist fünf monate her wie ja ja das ist ja noch aber das ist ja vier monate her oh meine 3 denn was was das ist ja als würde ja ich habe gewonnen ja viel mehr dauert noch haha ja 19. Dezember ja Jaaa... Du weißt meinen immer noch nicht. Ja vor allem, Tim war ja so krass an meinem Geburtstag. Wir haben nachts angefangen zu zocken bis frühmorgens und abends weitergezockt, bis wir dann tief in die Nacht hinein. Tim hat mir nicht einmal gratuliert. Ja ich hab das voll verpeilt. Selbst als ich ihm gesagt hab, jetzt bin ich enttäuscht, ey wir sind den ganzen Tag zusammen und er gratuliert mir nicht. Lacht er nur und sagt immer noch nix. Boah. Ja, so sieht das mal aus. Wird schon ne geile Sau. Ja, total. So, jawoll, ich bin auch bald in 3-4 Stunden in der Stadt. Yay! So. Lass mich rein, lass mich rein. Lass mich raus, lass mich raus. Nein. Kommst du denn raus? Hat die irgendwas schönes für mich? 42. Nein. Iron Fist. Habt ihr eure Rollen eigentlich schon alle eingelöst, die ich euch da damals gegeben hab? Also ein paar hab ich wohl eingelöst, ja. Nö. Konntest du ja durch ein schönes Craften? Ich weiß nicht genau, wofür das dann immer so war. Ich hab hier noch ne 63er für den Mage. Ne blaue 43er für den Rogue. Machen wir erstmal ne Seite. Ich hab hier noch, äh, einen dicken Kriegshammer für dich, Willi. 10,7 Damage. Ist der so gut wie der Schwert? Ich weiß nicht mehr, was das Schwert hatte. 10,7 Damage. 19,4 HP. 2,7 Tempo. 0,3 Crit. Boah, kann ja, stinkt ja voll gegen meins ab, ja. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, du weißt es jetzt. Okay. Kann's hergehen, dann kann ich das verkaufen. Ich bin jetzt endlich da, yeah! Ich darf nur nicht rein. Kofferboot. Neue. 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 so auf jeden fall würde ich dann sagen sehen wir uns im nächsten fall wieder berge sind aus vielen dank fürs zuschauen macht's gut